Oh, nee, das ist der selbe Schuld. Ah, ne Bohrerneid! Hat er einfach gegen die Wand geschmissen! Hat er einfach gegen die Wand geschmissen! Zu meinen Zeiten ist man dann selber dran gestorben, wenn man irgendwas gegen die Wand geschmissen hat. Nein, heute gehst du Leute damit! Cool! Musst du nichts treffen! Außer die Wand! Jo Leute, was geht ab? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf dem Raptor-Hauptkanal, Freunde. Und ich darf euch ganz herzlich begrüßen zum zweiten Part der Road to Poly Atomic Camo Grind Phase hier auf diesem Kanal. Heute gehen wir in die MP7 rein. Wir haben richtig schöne Szenen mit dieser Waffe erspielt. Ich muss sagen, es ist eine Waffe, die, glaube ich, sehr, sehr geil werden könnte, wenn wir irgendwie in diesem Game vielleicht noch einen Buff für die MPs allgemein bekommen. Denn momentan sind die Sturmgewehre einfach tausendmal stärker als die MPs und das macht es nicht ganz so leicht, mit den MPs gegen die Sturmgewehre klarzukommen und allgemein über die Map zu laufen. Man wird überall abgeaimt und das macht es einfach sehr, sehr schwer. Wenn euch diese Serie hier auf dem Kanal gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür da. Würde mich sehr freuen und schreibt in die Kommentare, wie viele Waffen ihr schon auf Gold habt und was ihr vielleicht denkt, was die nächste Waffe wird, die ich euch auf Gold hier präsentieren werde. Außerdem lasst doch gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Abonniert auch außerdem den Uncut-Kanal, denn dort kommt jeden Tag frischer, neuer COD-Content, immer eine Uncut-Runde oder auch zwei Runden, manchmal halt auch drei Runden, alles mögliche. Da kommt auf jeden Fall, kommt auf jeden Fall geiler Stuff online. Und, für alle Leute, das kann ich euch nur ans Herz legen, jeden Tag bin ich ab 6 Uhr live auf Twitch.tv. Das ist der Schrappter, seht ihr auch nochmal eingeblendet, kommt dort vorbei, dann seht ihr den ganzen Grind, wie ich die Gold-Campus erspiele, auch noch live. Und jetzt würde ich sagen, rein in die Clips, let's go und ab dafür. Ja, verstehen Sie, Double-Kill, Double-Kill. Ich muss jetzt mit fünf Schuss noch zwei Kills machen, Dome. Oh ja, ich führe den Hass. Nachladen, kannst du dich abbrechen, Rappi? Weil wir das weggemacht haben, dann wird es für die Skeletos Wichser leichter, das Geld zu machen. Ja, der war heute Morgen wieder drauf gewesen. Spielt ihr gegen Bots? Ja, das merkt man ja auch eindeutig an den Namen erstens von den Leuten. Und daran, wie schlecht die auch sind. Das sind Rekrut-Bots, genau. Deswegen gehen wir halt auch mit einer 1er-KD raus. Ja, das war mir klar, aber warum gegen Bots? Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst! Ich muss echt das Glove switchen, je nach dem... Quark-Kill, das ist... Ich bin doch da! Und noch einen, jawohl! Und noch einen! Und dann bin ich tot! Und dann bin ich tot! Schießt eure Augen! Oh, bonjour! Der wirft einfach eine Nade in den Kopf, was soll das denn? Was soll denn die Scheiße? Überhaupt nicht korrekt von ihm. Kriegst du eigentlich auch gerade oft dieselben Fragen gestellt? Welche denn? Also, ist Battle Bar schon da? Wie macht man das? Wie macht man dies? Nee, nee, geht. Die Leute halten sich zurück. Sagst du ehrlich, ich finde keinen Gegner. Ja, oh, jo! Digga, der... Also, wirklich. Kann ja nicht sein, Ernst, weil ich will das reden. Jetzt habe ich instant drei Kills gemacht. Alter, ich weiß ja nicht, was du für ein Map-Geschmack hast, aber das ist ja nur wirklich Käse hier. Dennis, du fandest... Du findest diese Scheiß... Äh, ich stelle hier mal 20 Automaps hin zum Snipen, okay? Also, wir brauchen hier über gar nichts reden. Nur auf Herrschaft. Ich weiß nicht. Ghost of Tsushima. Ach, du Scheiße. Ja, MP7 bockt ein bisschen, kann man machen. Ich hätte gerne einen Snip-Fact. Immer noch. Oh! Tomian, der Allerechte! Digga! Die sind da jetzt gleich stand. Sind gestand. Hab einen. Ab zwei. Schöne Sache, Harry. Ab drei. Ey, das war meiner. Da sind noch welche. Den hättest du jetzt auch noch holen können. Nein, hab ihn nicht. Ich kenne das alles nicht mehr. Wechsle das Magazin. Oh mein Gott! Ich bin so ein geiler Multiplayer-Hangst. Das ist unfassbar. Er ist so geil, ey. Er macht schon den Call going B. Als ob das hier irgendjemanden interessieren würde, Bruder. Hat er das gesagt im Ingame-Chat? Ja, er sagt going B. Nein. Wo ich mir denke so, Bro, das ist kein Counter-Strike, Alter. Ich wäre mir da jetzt aber bloß nicht so sicher, wie du das jetzt gerade sagst. Ne, 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 aber würde ja Sinn machen. Also, könnte ich mir vorstellen, dass sie wieder, so wie bei Blackout, die Panzerung teilen. Doch, die MP7 fühle ich wirklich sehr. Die MP7 fühlt sich sehr gut an. Schöne Overkill. Schöne, fantastisch. Schöne. Schöne. Roken ist dödlig. Schöne Roken ist dödlig. Schöne Korrektchi. Ich schlage nach. Oh, wäre das schön gewesen. Okay, gar nicht. Muss das Magazin wechseln. Muss das Magazin wechseln. Alter, der hat mir so den Garstigen-Headshot gegeben. Oh, der hat mir gerade Sim so den Arsch gerettet. Das ist ja einfach alle, die M4 spielen, weil sie noch nichts anderes haben. Verlasten. Der Rappi mag das. Der Rappi mag diese Lobby. Fünf Kills. Ich habe 22. Bruder, was ist hier los? Ja, Meister hat Rappi eine Socke geschenkt. Rappi ist frei. Was ist das für eine Scheißrunde, Alter? Aim Haze, Digga. Alles gelesen. Oh, yippie. Kann man mit Freunden spielen? Ne. Dennis ist nämlich mein Feind. Du kannst nur mit Feinden spielen. Ach, das ist ein M8. Okay. Ah! Boah, Alter. Komm ich hier durch? Ja, okay. Ja. Schön. Was? Was heißt Taktakt? Das kenne ich irgendwoher. Mit Shotgun auf 13er Streak, Dennis. Ich kann das nicht mehr. Also das ist kein, äh, kein, kein Suches, äh, gechilltes Gameplay hier. Und solche Szenen, wie die, die ich da gerade mal hatte, sowas kriegt man zwar mal alle paar Runden hin, aber dann muss auch alles, alles richtig laufen. Ja, hier muss schon abgeliefert werden. Ja. Etwas besser, ihr Pimmelberger. Nein, kein Samtex-König mehr. Nein. Du siehst, ihr Mann, du bist immer sofort tot. Nein, 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 nein. Die müssen das nerfen. Bro, der hat irgendwelche Aufsätze da drauf. Ich weiß nicht, ob du auch so spielst. Der kann so krank quickscopen. Der ist so greißeskrank schnell im Scope. Ja, perfekt. Bruder, jetzt sind endlich mal die Sniper wieder, äh, nice. Nein, das ist eine DMR. Ja, jetzt hier wird nichts genervt, Dome. Das bleibt alles so, wie es ist. Egal, hier mal drei Kills machen, ey. Das ist wirklich, das ist so Schmutz bei dem Modus. Das ist die Finisher. Ja, und in Herrschaft fliegt man rein. Scheißegal, wo du stehst, Mann. Spawn immer hinter dir, Digga. Das ist so schlimm. Ja, und ich treffe auch nichts, weil ich einfach ein Sohn bin. Es ist auch so schön, einfach mal wieder zusammen zu rage'n. Guck mal mein Sichtfeld an. Die spawnen da einfach. Da ist gerade einer einfach gespawnt. Ich bin jetzt gerade auf dieser Map schon dreimal tot gespawnt. Ich bin gespawnt, wurde schon angeschossen. Ja, da ist die Gönnung auf jeden Fall raus, Dome. Richtig und richtig. Muss sein. Zwei. Ich kriege auch noch. Ich habe auch selten einen Streamer gehört, der sagt, ich möchte jetzt nur gegen Noobs spielen. Also ich hätte gerne echt nur noch Noobs-Lobbys. Ja, okay, stimmt. Dann ich auch. Ja. Ich könnte euch Herr der Ringe vorlesen im Stream. Auf jeden Fall. Danach kann ich meinen Kanal aber auch nicht machen wegen Urheberrecht. Komm her. Zwei mal her. Waffen. Zack. Waffenschmied. Ändern. Tarnung. Da ist die Goldtarnung. Let's go! Oh, wir haben die zweite Goldtarnung. MP7 auf Gold. Ein Beauty. Und wir haben es. Let's go.